Können Sie sich vorstellen, meine Damen und Herren, wie ein Bild aussieht, was von einem Computer gemalt wurde? Nein, nicht was Sie jetzt denken. Das muss man sich nicht vorstellen, dass dieses Gerät der Computer einen Pinsel in die Hand nimmt und dann einfach ein Bild malt. Das ist ganz was anderes. Ein vom Computer gemaltes Bild sieht ungefähr, und jetzt halten Sie sich fest, so aus. Das bin ja ich. Das ist William Cohn, ein Bild von einem Computer gemalt. Das sind ganz kleine Zeichen. Auf Druckerpapier. Das ist kein Foto, auch wenn Sie jetzt vielleicht denken, die Illusion haben, dass es ein Foto ist. Es handelt sich um ein vom Computer gemaltes Bild. Und Sie fragen sich sicherlich Jan, wenn Sie Jan heißen, ansonsten fragen Sie halt Ihren Namen. Sie fragen vielleicht jetzt den Fernseher, in dem ich sitze, Jan. Wie macht man sowas? Die Antwort, meine Damen und Herren, ist ganz einfach. Wer steckt hinter solchen Bildern? Schauen Sie mal. Ja, das ist MS-DOS. Manfred, er hat's nicht so mit Menschen, aber besitzt den einzigen Personalkomputer im Großraum Köln. Personalkomputer sind sowas wie sehr komplizierte Taschenrechner, an die ein Röhrenmonitor und eine Schreibmaschine angeschlossen sind. MS-DOS 3.1 ist das neue Betriebssystem von Microsoft, das nicht so unpraktisch ist wie Windows 1, was sich sowieso nicht durchsetzt. Man sagt, er könne Wunder verbringen mit MS-DOS. Ja, das ist MS-DOS. Manfred, keep on rockin', Manfred. Zuerst schaltet Manfred seinen 286er an. Er ist sehr stolz auf das Gerät, denn es war sehr, sehr teuer. Dafür hat er aber auch die größte Festplatte Westdeutschlands eingebaut, mit einem gigantischen Speicherplatz von 20 Megabyte. Die Startphase seines Supercomputers dauert 19 Minuten. Zeit genug, um schon mal den Nadeldrucker mit der selbst eingebauten Schnittstelle zu verbinden und die 40 Installationsdisketten für das Grafikprogramm zu sortieren, das er in monatelange Nachtarbeit selber programmiert hat. Jetzt noch den Prozessor in den BIOS-Einstellungen übertakten, um seinen 286er zu grafischen Höchstleistungen zu peitschen. Gleich geht's los. Mit dem BIOS kennt sich Manfred leider gar nicht aus. Darum braucht er die Hilfe einer lebenden Computerlegende. Die Rede ist von BIOS Bernhard. BIOS Bernhard. Die zwei Experten übertakten den Prozessor. Der Computer läuft, doch jetzt muss MS-DOS-Mann-Frick noch über die Eingabeaufforderung die DOS-Shell-Excel bearbeiten, damit sein Grafikprogramm läuft und er in der Lage ist, per Computer das Bild eines echten Menschen auf Papier zu drucken. Oh nein, BIOS Bernhard bemerkt, nen Anstieg der Prozessortemperatur. Hat sich wohl ne Wollmaus im Netzteil-Lüfter verfangen? Scheiße, ein Blick ins Gehäuse bestätigt den Verdacht. Die Hauptplatine ist wohl endgültig im Arsch. Wir brauchen Ersatzteile und das ist ein klarer Fall für Hardware-Hans-Peter. Manfred, BIOS Bernhard und Hardware-Hans-Peter schrauben seit 53 Stunden am 2.86er. Zum Glück befindet sich keiner von ihnen zurzeit in einer festen Beziehung, sonst hätte sicherlich längst jemand den Ausschalter auf der Steckerleiste gedrückt. Nach Neueinbau der Hauptplatine kurz noch die Festplatte in den Slave-Modus geswitcht und nen DOS-Neu-Installation. Hurra, jetzt ist der Computer endlich heile. Ah, Mist, nur die Grafikkarte hat nen Wackelkontakt. Da kann eigentlich nur noch einer helfen. Denn kein anderer in Mitteleuropa repariert Wackelkontakte wie er. Er ist Lötkolben-Ludwig. Fünf Lötzchenrollen später läuft alles wieder. Gluck, 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 lecker Filterkaffee. M-S-DOS-Manfred programmiert sein Programm. Jetzt noch die Print-Taste drücken und dann wird's ernst. M-S-DOS-Manfred. Lötkolben-Ludwig, M-S-DOS-Manfred. Bios Bernhard und Hardware-Hans-Peter schauen gespannt auf Manfreds Nadeldrucker. Nach bangen Minuten ist es dann soweit. Das Endlospapier bewegt sich. Die Druckernadel bewegt sich. Er druckt, er druckt. Hurra, er hat's geschafft. Er hat's endlich geschafft nach nur 15 Tagen. Ein Bild wird gedruckt. Well done, M-S-DOS-Manfred. Keep on rockin'. Und das ist das gute Stück. Ein Bild vom Computer gemalt. M-S-DOS-Manfred. 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 M-S-DOS-Manfred.